Ja, das ist ganz klar. War ich dann? Vorbei, du bist schon auch gut. Ich glaube, wir geben ein geiles Duo ab. Ich glaube, das wär's. Vom Potenzial sehe ich uns beide da. Schon oben. Ich glaube, man könnte sogar sagen, vielleicht einfach auch als Doppelpack. Ja, das mein ich ja. Ja, das mein ich ja. Beide. Schon. Immer mal wieder gut. Der hat genug zu Hause zu tun. Warum? Ich hab zweimal einen Führerschein gemacht und zweimal bestanden. Einen? Ja, siehste. Also zwei ist besser als eins. Ja gut, dann lassen wir's dir. Ist recht. Keine Ahnung. Ich weine immer mehr so bei der großen Sportübertragung. Da krieg ich Gänsehaut und fang an zu weinen, wenn sie emotionale Momente sind. Aber macht er natürlich nicht, weil er zusätzlich Lauftraining macht alleine. Genau. Mit ihmerschen. Ja gut. Oh, jeg. Genau. Vielen Dank.